Seit über zehn Jahren stellt sich die Knauft-Gruppe aus Nordthüringen den technischen Herausforderungen durch Innovation. Das auf regenerative Energien spezialisierte Tochterunternehmen Knauft Energy GmbH produziert individuelle Produkte und Sonderanfertigungen im Schaltschrank- und Energieverteilerbau. Angeboten werden darüber hinaus hochwertige Photovoltaikanlagen sowie Lösungen und Systemkomponenten der KNX Bustechnik als steuerungstechnisches Bindeglied in der komplexen Gebäudetechnik. Hier sind beispielhaft zu nennen die temperaturgeführte Einzelraumregelung, visualisiert über Touchpanel, gekoppelt mit effizienter Wärmepumpentechnologie. Professionelle VDS-Elektrothermographie zur Schwachstellenanalyse in bereits vorhandenen elektrotechnischen Anlagen jeglicher Art gehört genauso zu den eingesetzten Messmethoden wie Solarmesstechnik zum Nachweis der effizienten Funktionsweise einer PV-Anlage hinsichtlich Ertrag und Leistung. Ein ebenso hohes Niveau finden Kunden auch bei der KNX Gebäudemanagement und Systemtechnik GmbH. In seiner Kernkompetenz setzt das Unternehmen aus Leinefelde ausschließlich auf qualifizierte, engagierte Mitarbeiter und Lebenszyklus berücksichtigendes Denken. Somit werden moderne und nachhaltig technische Lösungen für eine ökologisch und wirtschaftlich optimale Prozessgestaltung in der Umsetzung regelungstechnischer Gebäudefunktionen gewährleistet. Als verlässlicher Partner im Bereich des technischen Facility Management steht die kompetente Realisierung von Gebäudesystemtechnik im Vordergrund. Das Nervensystem jedes modernen Gebäudes. Dabei kommen dem Kunden die langjährigen Erfahrungen und das erstklassige Know-how zugute. Das offerierte Spektrum umfasst neben fortschrittlicher Gebäudetechnik die akkurate Planung selbst komplexer Bauprojekte. Einen ausgezeichneten Ruf genießt KNX vor allem beim Bau hochwertiger Schaltschränke im industriellen Maßstab. Das Serviceangebot im Bereich des technisch, industriellen Steuerungs-, Regelungs- und Gebäudemanagements lässt keine Wünsche offen. Es reicht vom grundlegenden Konzept über detaillierte Berechnungen bis hin zur Koordination ganzer Projekte. Kompetent. Clever. KNX. Global denken. Lokal handeln.